Willkommen zum dritten Dev Diary für City Skylines 2 und hier geht es um den öffentlichen Nahverkehr und welche coolen Mods in diesem Spiel integriert werden aus dem ersten Teil, das zeige ich euch jetzt und bevor wir anfangen, möchte ich euch ein Wort mitgeben, Verteilungszentrum. Also, lasst uns direkt rein starten. Bevor wir loslegen, möchte ich, oder jetzt legen wir los und bevor wir ganz nach unten kommen, möchte ich gerne ein bisschen mit euch vorgreifen, was ganz unten steht. Es wird eine neue Möglichkeit geben, wie sich die einzelnen Funktionen in eurer Stadt freischalten lassen. Es wird eine Art Entwicklungspunktesystem geben, wodurch ihr wahrscheinlich durch Größe, Ausbauten und sowas eine gewisse Anzahl von Entwicklungspunkten verdient, irgendwelche XP oder wie die auch immer in diesem Spiel heißen werden und da könnt ihr in Abhängigkeit zur Größe eurer Stadt flexibel eure Sachen freischalten. Das ist eine der größten Neuerungen, die es hier gibt und warum das für den öffentlichen Nahverkehr wichtig ist, das sehen wir, ich muss überlegen, ob es der erste oder der zweite Absatz war, ich glaube, es war der erste, ein integraler Bestand, das ist das öffentliche Nahverkehrssystem und wir können das natürlich mit Bussen und Taxis transportieren und wenn die Stadt wächst, dann können wir auch Transportsysteme wie Straßenbahnen und U-Bahn-Netze investieren. Die könnt ihr dann freischalten, wenn ihr diese Entwicklungspunkte habt. Es gibt da einen Leak, da geht in einigen Gebäuden, auch kann man XPs verdienen und ich vermute, dass diese XPs die Entwicklungspunkte sind, die hier genannt sind und damit könnt ihr dann eben diese Sachen in Abhängigkeit freischalten. Das heißt, ihr habt nicht mehr jetzt zum Beispiel in der Stadtgröße 1900 und dann kriegt ihr plötzlich den gesamten öffentlichen Nahverkehr freigeschaltet. Das ist nicht alles, sondern nur ein Teil, sondern ihr könnt euch das individuell für eure Stadt freischalten. Und wenn ihr sagt, ich will jetzt nur Busse haben, den ganzen Rest brauche ich nicht, dann könnt ihr dort eure Punkte auch in andere Freischaltungen investieren und somit eure Stadt individuell gestalten. Finde ich richtig, richtig cool. Ansonsten gibt es hier natürlich auch wieder die Standardsachen, nämlich Busse, Züge, Schiffe und Flugzeuge. Die Funktionsweise ist im Großen und Ganzen ähnlich, aber bitte nicht abschalten. Einige wichtige Sachen haben sich geändert und auf die möchte ich hier insbesondere eingehen. Die Sachen, die zum ersten Teil ähnlich sind, die lasse ich in dem Fall mal weg. Die sind ja ähnlich wie im ersten Teil. Und auch hier gibt es wieder Gütertransport, aber wichtig, der Gütertransport ist nicht mehr etwas, was einfach nur geschieht, sondern es hat sich grundlegend verändert in diesem Spiel. Das ist ganz wichtig. Dann gehen wir erstmal zum Thema öffentliche Verkehrsarten, was es überhaupt gibt. Also es gibt Busse und Taxis und noch mehr. Busse werden freigeschaltet, wie gesagt, mit den Entwicklungspunkten, steht weiter unten im Death Diary, habe ich aber ein bisschen vorgegriffen, damit man die einzelnen Freischaltungsstufen hier ein bisschen besser versteht. Wenn ihr die freigeschaltet habt, dann bildet das normalerweise den Rückgrat des Verkehrsnetzes. Auch hier ist nochmal extra erwähnt, dass natürlich die Busse abhängig sind vom Verkehrsfluss in der Stadt. Es gibt Überlandbusse, an Busbahnhöfen und so weiter und so fort. Ich denke, das ist alles nichts Neues für uns. Busse kennen wir aus dem ersten Teil oder aus diversen anderen Spielen, Cities in Motion zum Beispiel, ja auch schon. Wichtig ist das hier. Es gibt Elektrobusse. Das haben wir auch schon in vielen anderen Death Diaries und Bildern gesehen, dass das Spiel auf die Elektromobilität sehr stark setzen wird. Und da müsst ihr allerdings das Busdepot modernisieren für. Das ist ein Punkt, dass es Möglichkeiten geben wird, Gebäude zu modernisieren, zu verbessern und zu erweitern. Das gab es auch. Da gab es auch ein kleines Leak. Hier wurde das jetzt endlich bestätigt. Das heißt, da müssen Gebäude modernisiert werden und dann könnt ihr erst diese Elektrobusse hier bauen. Ja, also Elektrobusse, Busse an sich wird es geben. Video gucken wir uns auch zum Schluss an. Und dann gibt es hier einmal ein kleines Bildchen. Aber das ist alles nichts Neues für uns. Taxis, auch bekannt. Taxis sind in meisten Städten fester Bestandteil, gerade auch in Cities Skylines. Und sie funktionieren hier halt wie Privatfahrzeuge. Die Leute können sich eins rufen, steigen ein, können zum Zielort fahren, bezahlen den Kram und weiter dafür. Auch hier müsst ihr ein Taxidepot bauen. Das seht ihr hier unten, wo die Taxis rausfahren und dann die Leute abholen und müssen rumkreiseln können. Die sind natürlich äußerst flexibel. Aber auch hier ganz wichtig, stellt euch eine Situation vor. Das steht nämlich auch durchaus hier unten drin. Wenn beispielsweise ein großes Konzert ist oder eine Veranstaltung in eurer Stadt und ihr dort nur ein Taxisystem habt und keine Busroute dorthin führt. Und die wollen aber trotzdem alle weg. Dann kann man sich vorstellen, dass es dort zu einem starken Verkehrsaufkommen führen wird und möglicherweise auch zu einer kurzzeitigen Überlastung. Auch hier gleiches Thema. Der Taxidienst kann erweitert werden, sodass auch hier Elektro-Taxis genutzt werden können. Was ich hier spannend finde, ist, können diese Taxis unterwegs laden? Wir haben im ersten Death Diary Parkplätze gesehen, die Elektro-Tankstellen hatten. Und das ist eine Sache, das würde mich mal interessieren. Das konnte ich leider noch nicht rausfinden. Können Taxis dann an Elektro-Tankstellen laden und haben die eine begrenzte Reichweite, sodass sie nachladen müssen? Und dadurch Kosten entstehen, Zeiten und sowas. Da bin ich mal gespannt, wie sie das machen. Natürlich auch hier das Thema Lärm und Umweltverschmutzung, insofern es keine Elektro-Taxis sind. Und auch hier bei den Bussen natürlich das Gleiche. Ein Bustransportsystem wird natürlich Lärm erzeugen und gerade der Hub dafür erzeugt natürlich auch Lärm. Und jetzt kommt schon die größte Neuerung und das sind die Züge. Bei den Bussen und Taxis hat sich nicht so viel verändert. Bei den Zügen hat sich eine ganze Menge verändert. Also, Züge transportieren ja grundsätzlich Passagiere und Fracht. Bis dahin ist das ungefähr gleich. Die Züge müssen auch über diese Entwicklungspunkte separat freigeschaltet werden und dienen natürlich auch eher dazu, große Mengen von einem zentralen Sammelpunkt A nach B zu transportieren. Also von Städten über diese Linien, die ich euch im vorigen Deft-Irie gezeigt habe, zu anderen Städten außerhalb der Karte. Oder natürlich auch, wenn ihr auf dieser großen Karte zwei Städte gebaut habt, dort zwischen natürlich auch. So, jetzt ist aber die Frage, wie entstehen denn diese Züge? Im ersten Teil sind die Züge einfach losgefahren und dann waren sie da und sind vom Bahnhof losgefahren. Oder sind im Fall des Zuges bei den U-Bahnen sind sie dann einfach losgefahren, von außen rangekommen. Und das ist hier definitiv anders. Ihr müsst, um eine Bahnlinie zu erstellen, das steht hier, zunächst einen Rangierbahnhof bauen. Grundsätzlich könnt ihr euch das merken. Für jedes Verkehrsmittel müsst ihr einen Ort bauen, wo die Fahrzeuge herkommen. Endlich, endlich, endlich mehr Realismus. Finde ich mega klasse. Und gleichzeitig hat sich eine Sache noch verbessert und leider Gottes eine Sache noch immer noch nicht. Es gibt weiterhin natürlich die Zuginfrastruktur und so weiter. Das kennen wir alles. Jetzt scrollen wir schon mal ein bisschen runter. Und es gibt endlich die Möglichkeit, ein Gleis zu bauen, Doppelgleis, Zweirichtungsgleise zu bauen, Hochgleise, Brückentunnel und so weiter. Das kennen wir alle schon. Aber das hier ist das Interessante. Dieser Punkt hier, Zweirichtungsgleise, Doppelgleise oder Einbahngleise. Das heißt, ein Gleis hin und zurück und ein Einbahngleis. Für mich heißt das, dass es ähnlich wie in Railway Empire möglicherweise ein einfaches Signalisierungssystem geben wird. Ansonsten würden diese Zweirichtungsgleise keinen Sinn machen. Vielleicht ermöglicht es uns, das ja auch in Zukunft mit Mods sogar richtige Signalsysteme hier zu bauen. Das wäre sowas von cool. Denn ebenfalls steht hier drinnen, dass beim Verbinden eines Gleises, beispielsweise ein Zweirichtungs- oder Doppelgleis, mit einem Bahnhof automatisiert, steht hier, Züge können rückwärts und vorwärts fahren. Das ist so auch und können Gleisweichen nutzen, die durch Kombination von Zweirichtungs- und Doppelgleisen entstehen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es nur Gleisweichen sind. Ich habe die Hoffnung, dass es auch Signale sein werden. Naja, man kann ja mal hoffen. Und wenn ihr das eben mit einem Gebäude verbindet, dann entstehen automatisiert, mal gucken, ob wir sowas hier sehen. Vorne sieht man das ein bisschen. Hier hinten in dem Video, was ich euch am Ende zeige, da sieht man diese Gleisweiche sehr gut. Das ist halt eine Hosenträgerweiche oder sowas. Und dort können die Züge dann rein und raus fahren und die wird dann automatisiert dort gebaut. Okay, die Straßenbahn. Die Straßenbahn ist in dem Fall nichts Neues. Das gibt es hier genauso eine Straßenbahn wie im ersten Teil auch. Es muss auch hier natürlich ein Depot gebaut werden und die Straßenbahn kann rumfahren. Wie gesagt, da gibt es jetzt nicht allzu viel Neues. Die einzige große Neuerung, das kommt unten gleich auch nochmal, ist der Bau der Straßenbahngleise, die ihr mit dem neuen Ersetzen-Tool auf vorhandene Straßen draufbauen könnt. Ohne dass ihr dabei die Straße abreißt. So, das ist ein bisschen flexibler geworden im Gegensatz zum ersten Teil. Im ersten Teil hattet ihr immer diese riesige Liste an Straßen. Das war ein bisschen nervig. Am Ende kommt das gleiche raus, aber im zweiten Teil ist es einfacher zu bauen. Auch hier wird es natürlich wieder die Möglichkeit geben, verschiedene Sachen zu bauen. Hochgleise, Brücken, Tunnel, Tagebaugleise und so weiter. Und der Vorteil ist natürlich, es verschmutzt die Luft nicht so sehr wie Busse. Ihr habt ein bisschen höhere Kapazität wie Busse, fährt auf vorhandenen, ich möchte es nicht sagen, Straßen, also Gleisen auf den Straßen. Wir können, man kann gucken, dass man separate Spuren macht und so weiter. Da ist man einfach natürlich flexibler. Aber ich denke, die meisten von uns werden Straßenbahnen kennen. Bei den U-Bahnen hat sich auch nicht so viel geändert, aber auch hier die wichtigste Änderung, die zentrale Änderung der U-Bahn ist, das ist ganz wichtig, ihr braucht auch hier ein Depot. Das heißt, die U-Bahn kann nicht mehr einfach so losdaddeln und irgendwo hinfahren. Das geht nicht mehr. Die U-Bahn muss, 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 muss an einem Depot losfahren und dann in euer Netz eingleisen. Das heißt, ihr könnt nicht einfach mehr irgendwo irgendwas hinbauen, sondern müsst euch jetzt viel mehr Gedanken machen. Entsprechend wird sich, wie das bei der, ich glaube, das war bei der normalen Bahn, ebenfalls gibt es bei der U-Bahn die Möglichkeit, auch hier Einbahngleise zu bauen, Doppelgleise zu bauen, endlich vernünftige Gleise. Wir können Optionen für Hoch- und Aufschüttungsgleise nehmen und so weiter und so fort. Die U-Bahn-Haltestelle zeige ich euch auch mal. Ich finde, die ist deutlich hübscher geworden. Das sieht man auch später gleich im Video nochmal alles. Das heißt, die beiden Größenneuerungen bei der U-Bahn, ihr müsst, 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 müsst definitiv ein Depot bauen und ihr könnt ein- und Doppelgleise endlich bauen, dass ihr das vernünftig machen könnt. Es gibt so einige Routen, die habe ich auch immer sehr gerne gemacht. Da fährt der einfach stumpf im Kreis und da fährt auch immer nur Einzug im Kreis und der braucht auch nie ein zweiter hin. Und da reicht einfach so ein Einbahngleis hier völlig aus. Wassertransport und Lufttransport. Beim Wassertransport, ihr seht, da hat sich wirklich im Prinzip nicht allzu viel geändert. Die Züge können tatsächlich vom Außerhalb kommen und wie es mit dem Cargo aussieht, das zeige ich euch dann gleich. Da geht es unten noch um die Routenerstellung. Da gucken wir uns das auch nochmal an. Lufttransport ist auch gleich, wobei ich hier eine große Änderung sehe und da habe ich wirklich die Hoffnung, das steht hier so ein bisschen mit drin, dass sie das gestört hat. So lese ich das zumindest raus. Der Bau von Flughäfen erfordert viel Platz, da internationaler Flughafen die Größe einer Kleinstadt hat. Und deswegen finde ich das unglaublich unrealistisch, dass ich einen Flughafen bauen kann und sei es nur ein kleiner Flughafen, sobald ich die Größe eines Dorfes habe mit 2000 Einwohnern. Das finde ich unglaublich unrealistisch und ich hoffe, dass sie das geändert haben. Und mit den Entwicklerpunkten, die man hier sieht oder die man dort unten liest, damit denke ich, sollten sie das geschafft haben. Finde ich super. So, das waren grundsätzlich die Verkehrsmittel und die Neuerungen. Im Prinzip gibt es zwei große Neuerungen. Jedes Transportmittel braucht ein Depot, ganz einfache Kisse und es gibt einfach mehr Gleise und Möglichkeiten, diese Gleise oder Verbindungen zu bauen. So, jetzt ist aber die Frage, was hat es denn jetzt mit diesen Verteilungszentren auf sich, die ich erwähnt habe? Ja, da kommen wir jetzt zu den Frachtarten und zu den Zügen und das ist mega, mega, mega cool. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, so wie früher oder die neue mit Verteilungszentrum. Das ist der erste Absatz hier oben. Also, es gibt jetzt die Möglichkeit, die Fracht mit Güterzügen reinzuholen in eure Stadt. Denkt ihr euch, das gab es ja früher auch schon. Jetzt hört es doch kein Unsinn. Ja, nicht so. Es gibt jetzt hier ein neues Güterzugterminal und dort holt ihr zentral die gesamte Fracht, die ihr braucht, rein. Das heißt, ihr baut ein Güterzugterminal. Das seht ihr hier auf diesem Bild. Und dort wird mit dem Zug das gesamte Frachtgut, was eure Industrie benötigt, reingeholt und dann per LKW oder per Zug weiter verteilt über dieses Verteilungszentrum. Mega, 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 mega. Aber als Fallbag gibt es, so habe ich das gelesen, die alte Lösung auch noch. So, das heißt, wenn es eine Industrie gibt, die brauchen unbedingt Waren, dann fährt einer mit dem Auto los und holt sich das da ab, wenn ihr das nicht rechtzeitig bringt. Und alternativ könnt ihr Güterzüge benutzen, um die Ressourcen, das geht auch, ich erzähle das schon mal, weil das hier unten jetzt auch noch kommt, den Punkt überspringe ich dann. Das geht natürlich auch mit einem Frachtterminal für Schiffe, ganz wichtig. Da können riesige Mengen mit transportiert werden und die allerdings langsam und natürlich auch mit Flugzeugen, das geht natürlich auch. Da müsst ihr ein separates Frachtterminal bauen, ähnlich wie bei den Frachtschiffen auch. Das dort als Verteilungszentrum nutzen und dann intern verteilen. Was ich hier nicht gelesen habe, ist, ob es LKW-Verteilungszentrum ebenfalls gibt. Das heißt, dass man Güterzugterminals kaskadiert. Das heißt, ihr habt ein großes Güterzugterminal und dann habt ihr kleinere Verteilungszentren, die ihr vielleicht an ein Güterzugterminal anschließt. Oder ob das Güterzugterminal dann die Sachen automatisiert verteilt. Das konnte ich nicht rausfinden. Meine Hoffnung ist, dass wir das auch steuern können. Hier steht halt, Waren mit den Zügen zu transportieren, als sie mit LKWs zu den Außenverbindungen zu transportieren. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass es möglich sein wird, auch das sauberer zu steuern. Das heißt aber im Umkehrschluss das, was wir schon vermutet hatten, dass es Frachtrouten geben wird. Und das finde ich sowas von cool. Und ich hoffe, dass es die Frachtrouten auch für LKWs gibt. Das bedeutet nämlich, dass ihr endlich, endlich, endlich diese gesamte Frachtstruktur wesentlich besser steuern könnt. Ihr könnt beispielsweise separate Straßen machen, wo ihr LKWs hinstellt. Müsst nicht mehr mit irgendwelchen Traffic Managern, President Edition Version 78 Milliarden, da irgendwelche kruden Straßen bauen und dort LKWs verbieten. Ihr könnt eben diese Routen bauen und dort die LKWs langfahren lassen. Und da muss ich sagen, Routen für Frachtsysteme wie Verteilungszentrum, da sollte sich Workers and Resources nochmal einen Punkt von abschneiden. Finde ich eine super geile Sache. Also freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ihr meine Workers and Resources Let's Play kennt. Dann wisst ihr, ich bin ein riesiger Fan von Verteilungszentren, weil man einfach damit die Steuerung einfacher machen kann. Du sagst ihm nur noch, was er machen muss, aber nicht mehr wie. Denn das wie übernimmt er selbst, das weiß er nämlich automatisiert selbst und macht das dann. Manchmal ist das mit den Routen, die sie fahren, ein bisschen kompliziert. Aber hier ist das eben nicht so. Mega, mega, mega News. Und wenn wir schon bei den Routen sind, dann gucken wir uns das auch mal an. Das neue Gameplay mit Transportlinien. Grundsätzlich hat sich das Bauen der Linien verändert. Das sieht jetzt für mich ja auf dem Bild, wenn ich ehrlich bin, eigentlich komplett gleich aus. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstehe. Ich verstehe es so. Also grundsätzlich hat sich das verändert, dass die Art und Weise, wie ihr baut, anders ist. Das Linientool ist jetzt immer gleich. Das heißt, egal was ihr baut, es ist immer identisch. Und ihr könnt damit alles bauen. Fahrzeugdepots, Bahnhöfe, Gleise, Frachtrouten und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein einheitliches Tool, was alle Sachen gleich hat. Und ihr seht hier, ihr müsst erst das Depot bauen. Dann baut ihr die Haltestellen. Dann die Gleise zu den Haltestellen. Ich vermute, Haltestellen, Bahnhöfe und Gleise und Straßen kann man auch ändern. Für mich würde es keinen Sinn machen, irgendwie erst eine Haltestelle zu bauen und dann ein Gleis für eine S-Bahn. Ich persönlich bin ein Freund, das umzudrehen. Das kann ich euch nicht erklären, warum. Es geht in meinem Kopf einfach ganz schlecht. Ich brauche erst ein Gleis und auf das Gleis setze ich dann eine Route, weil ich kann das andersrum einfach nicht. Ist wurscht. Ich hoffe, das geht. Und danach baut ihr auf dieses System eine Linie. Das macht durchaus Sinn. Denn ihr müsst das ja bei Fracht auch so machen. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass es mit LKWs auch geht. Das heißt, ihr baut erst das Zugterminal, dann baut ihr vielleicht ein LKW-Terminal, wo es ankommt. Das heißt, ihr baut erst die Depots, dann baut ihr die Haltestellen, dann Straßen gibt es schon. Und dann setzt ihr die Linie drauf und sagt, bitte transportiere Fracht von außerhalb hierher. Und dann von da nach dort und von da nach dort in das Industriegebiet und so weiter und so fort. Also die Möglichkeiten habt ihr. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es auch so hinterher funktioniert. Und ich glaube schon, dass man erst die Gleise und dann auch die Bahnhöfe bauen kann. So flexibel soll es das Spiel dann eigentlich auch sein. So, auch hier seht ihr die Standardinformationen. Busse nutzen natürlich traditionell vorhanden Straßennetze. Straßenbahnen werden dann entsprechend hinzugefügt. Wir gucken, ob wir da irgendwo ein schönes Bild haben. Ne, in dem Fall, in dem Fall nicht. Ne, und das Linienwerkzeug, das hatte ich euch erzählt, das wird ein bisschen flexibler beim Erstellen von Buslinien. Und das ist eine Megasache. Ich habe, wie gesagt, ich spiele gerade. Wir haben gerade angefangen mit einem neuen City Skylines Let's Play. Kommt gerne auch auf meinem Kanal. Guckt es euch an mit realistischer Bevölkerung. Und wenn ich mir überlege, was er da teilweise für diese Buslinien, für einen Unsinn plant und ich ihm nicht sagen kann, jetzt fahr doch da lang, ohne gleich eine Haltestelle zu setzen. Das ist so nervig. Wir können jetzt endlich auch Wegpunkte setzen und ihm sagen, hey, fahr da lang, aber da gibt es keine Haltestelle, nur ein Wegpunkt. Mega cool. Da freue ich mich so was von drauf, dass wir halt sagen können, das spielt wieder natürlich zum ersten Teil dazu, dass wir bewusst Routen vermeiden können, um eben Entlastungen hier durchzuführen. Es gibt halt gerade, dass wir sagen, hey, die Busse brauchen nicht über die gleiche Straße fahren wie die LKWs, denn ansonsten kommen die ja gar nicht zur Arbeit. Das macht ja gar keinen Sinn. Dann können wir wesentlich bessere dedizierte Sachen bauen, finde ich so mega cool. Da freue ich mich jetzt schon drauf auf die ganzen Sachen. So, dann gibt es natürlich auch wie bei den Bahnhöfen, die müssen verbunden werden. Wir können ja mal kurz nochmal reingucken. Das ist, denke ich mal, das kennen wir alles aus dem ersten Teil, da fährt er lang hier unten. Das wird ein, ich weiß gar nicht, was das ist, ist das ein Schiff-Symbol? Nee, eine U-Bahn ist das hier unten. Genau, da ist eine U-Bahn, die hier als Tool lang geht. Da sind die normalen Haltestellen. Da ist eine Straßenbahn, die sehen wir hier langfahren. Da gibt es nochmal eine Route. Das ist eine Straßenbahnroute, das ist eine Busroute. Das wird, das Verbinden wird dann ähnlich funktionieren. Das haben wir hier oben auch gesehen, wie im ersten Teil. Bloß die Art zu bauen hat sich dann ein bisschen geändert. Bei den Schiffen funktioniert das dann ähnlich. Da müssen wir natürlich auch die Routen bauen. Und das hatte ich euch schon gesagt. Das sind die Entwicklungsmeinsteine mit den Entwicklungspunkten. Da freue ich mich auch tierisch drauf. Und die Frage ist jetzt, wir haben jetzt also unsere Transportmittel ausgewählt. Wir haben sie freigeschaltet. Wir haben die Routen gebaut. Was ist denn jetzt, wenn ich mal ein Problem habe? Wie sehe ich das? Und da gibt es, ja ich möchte nicht sagen, einen neuen View. Nennen wir es mal einen aufgehübschten View. Wir gucken uns mal die Bilder dazu an. Und diese aufgehübschte View kann tatsächlich eine ganze Menge mehr als der Vorgänger. Er sieht hier zum einen übersichtlicher aus. Also es ist im Großen und Ganzen das Gleiche. Aber es gibt noch ein paar Mods, die man installieren musste, um eine bestimmte Information zu kriegen. Das zeige ich euch gleich. Im Großen und Ganzen soll jetzt hier wesentlich flexibler die Routen zu sehen sein. Hier vorne sieht man das. Also ich persönlich finde es ein bisschen übersichtlicher. Weil auch zum Beispiel hier die Gleise gehighlighted sind. Hier sind dann die Straßen nochmal extra gehighlighted. Das ist nicht alles in einen sanften Weiß getaucht. Das finde ich super gemacht. Also das ist schon mal ein großer Fortschritt. Und als wenn das nicht schon genug wäre, gibt es dann das Feld Transportübersicht. Mega cool. Da können wir alle unsere Routen sehen mit wesentlich mehr Informationen. Warum musste man dafür einen extra Mod installieren? Die unglaublich lange. Mittlerweile gibt es so ein halbes Tool davon per Default mit drin. Aber auch nicht mit vielen Informationen. Und hier seht ihr wirklich die Bus League. Also ihr könnt hier die Sachen, die ihr habt, anklicken. Ihr seht die einzelnen Buslinien. Ihr seht die Länge, wie viele Stops drin sind. Wie die Auslastung ist. Die Farben. Ihr könnt sie direkt aktiv und deaktivieren. Tag-Nacht-Route. Ihr könnt sie euch angucken. Das ist sowas von cool. Das gleiche geht auch für Cargo. Das haben sie leider nicht gezeigt. Warum auch immer. Auf jeden Fall für Cargo ist das hier nicht mehr drin. Und das ist so cool. Das wird die Übersichtlichkeit und die Planbarkeit in meinen Augen deutlich, deutlich, deutlich verbessern. Und ich möchte es ja nicht sagen, aber vielleicht haben sie da so ein ganz bisschen bei Transportfever abgeguckt. Das sieht mir nämlich da verdammt ähnlich aus. Aber warum nicht von den guten Lernen? Das sollte ja auch überhaupt kein Problem sein. So, dann haben wir natürlich unsere ganzen Routen und Linien gebaut. Und dann gibt es natürlich auch ein neues Linientool. Im Großen und Ganzen ist das ähnlich wie das erste Tool. Es sieht ein bisschen anders aus. Die Positionen sind ein bisschen anders. Aber eine Sache ist entscheidend. Und da kommen wir nochmal zu dem DevDiary der vorigen Stufe. Dem KI-DevDiary zurück. Das ist der Punkt hier. Der Ticketpreis. So, das steht auch hier unten drin. Hier. Das heißt, mit dem Ticketpreis könnt ihr die Art und Weise, wie die Bürger damit benutzen. Das könnt ihr so ein bisschen manipulieren. Im zweiten DevDiary wurde dort gesprochen von dem Beispiel Rentner und Student. Der Rentner, dem ist es egal, wie viel er zahlt. Der will einfach komfortabel reisen. Und der Student, dem ist der komfortfällig egal. Der hat einfach keine Kohle. Der will günstig reisen. Und da müsst ihr jetzt überlegen, was ihr für ein Public Transport natürlich bauen wollt. Ihr könnt natürlich ein Massentransportmittel bauen und dann ein Luxustransportmittel für die Reichen. Oder das ist euch komplett selbst überlassen. Ihr könnt überlegen, ich will damit Gewinn machen. Das soll nicht kostenlos sein. Oder ihr könnt sagen, mir ist der Preis völlig Wumpe. Wir machen es günstig, dass jeder damit fahren kann. Dafür hole ich die Autos von der Straße. Und es wird mit Sicherheit auch, da bin ich fest, wenn wir da zurück eine Richtlinie geben, dass nur Elektroautos fahren dürfen. Das würde mich jetzt ganz stark wundern, wenn es diese Richtlinien nicht gibt. Das gibt es ja im ersten Teil schon. Und im zweiten Teil, wo auch auf Elektromobilität gesetzt wird. Das mit Sicherheit auch kommen. Und da noch ein bisschen rumarbeiten. Das finde ich so cool. Das macht auch diesen ganzen Public Transport, dieses System, wesentlich flexibler. Das ist so mega. Gerade zusammen mit der KI, mit der neuen Fahrspur und Verkehrs-KI können wir da wesentlich besser interagieren. Weil die einzelnen Personen ja auch mit ihrem Gehalt und den Finanzen auch selbst, die da simuliert werden. Das heißt, dort wird es auch einfacher werden, dass man die Leute dann wirklich hier mitschicken kann, dass man sagt, hey, komm, Ticketpreis 2 Dollar oder 1 Dollar, wie auch immer. Und dann kommen alle rein da und ab dafür. Wird bestimmt, das wird richtig, richtig cool werden. Und zum Schluss will ich euch kurz, bevor wir zum Video kommen, nochmal einen kleinen Ausblick zeigen, was noch alles kommt. Bis zum September wird es hier diverse Death Diaries geben. Deswegen entschuldigt bitte, wenn ich nicht auf jeden Leak oder sowas eingehe. Denn die meisten Leaks werden hier in diesen Death Diaries behandelt werden. Zones, Signatures und Buildings kommt als nächstes beim 10. Juli. 17. City Services. Da gab es einen kleinen Leak. Gebäude sind aufrüstbar. Schon mal vorweggenommen. Gebäude sind aufrüstbar. Hier vorne wird man das sehen. Und ihr werdet jetzt die Feuerwehr und die Polizei gewissen Zonen zuordnen können. Das hatten sie auch in einem der anderen Videos nochmal gezeigt. Und bei dem Rest kann ich noch nichts zu sagen. Da bin ich aber auch sehr gespannt. Und jetzt schauen wir uns zum Schluss nochmal das Video an. Bis zum nächsten Mal. Transport networks set the rhythm of life in your city. As they move people and cargo, they can create harmony and discord. This finely tuned orchestra of ships, vehicles, planes and trains is yours to conduct. To create a thriving metropolis, maintain a steady beat to keep your city in motion. You build a city from scratch in city skylines too. No public transport, no tracks, no runways. Creating these and other transportation networks is a crucial first step. After that, improving and integrating them paves the way for expansion. When you establish your city, citizens can take the bus or a taxi to get where they're going. These are the first transport options you'll unlock. They're reliable, cheap and easy to route here, there and everywhere. Traffic conditions are their Achilles heel. It's no big deal in a new metropolis, but it is for a growing city. That's when you'll level up your public transport. Think trains, trams and subways. Each one has pros and cons. They're all expensive to build and complicated, requiring depots, tracks and stops where passengers can buy tickets and get on and off. That means they can't offer the far-reaching service of a bus line or the door-to-door service of a taxi. On the other hand, they're more efficient, not least because they carry more people and cargo and reduce road congestion. Let's start with subways. They're fast, high capacity, and they take up very little room when they're underground. If they operate above ground, you can run them on elevated tracks so they don't get tangled up with road traffic. Trams. They're more flexible than trains, so you can more easily add lines to service new and expanded neighborhoods. Build tram tracks on existing roads or run them on dedicated tracks if that's the best way to keep the hustle and bustle dialed up. Trains carry loads of people, too, and not just suburbanites. They can bring visitors from outside your city in large numbers. Trains play another critical role as cargo transport. Build a cargo train terminal, and you build a hub where businesses can receive, ship, and store incoming and outgoing goods. Water transportation is another option for passenger travel and moving cargo. It's another high-capacity network, though water transport's real potential lies in imports and exports. You see, cargo ships might be slower than trains, but these bad boys can carry 1,000 tons of stuff to and from your city. Yeah, that's right. You can trade with other cities, so you'll need somewhere to house all the goods and resources coming and going. Easy. Like cargo train terminals, cargo harbors double as cargo storage facilities. Like all of the other networks, air transportation has drawbacks. Planes carry fewer passengers and less cargo than ships and trains. Airports are also astronomically expensive and have the footprint of a small town. However, air transport has a pretty irresistible advantage. Speed. Plus, planes won't add to road congestion. They don't follow a rigid track and they make outside connections incredibly easy. The transport mix in your city will become complex and intricate. Use the transportation overview to review passenger and cargo transportation networks separately. Schauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Macht's gut. Bis zum nächsten DevDiary. Euer Strategienerd. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.